Musik Ahoi aus Oslo. Genauer gesagt stehe ich hier im Hafen von Oslo und zwar neben unserem ESC Traumschiff. Und mit dem stechen wir jetzt in See. Noch ist es etwas ruhig hier auf unserem Traumschiff und auch noch in Oslos Fjordlandschaft. Aber gleich steppt hier der Papst, denn es treten auf die Künstler aus Norwegen, aus Großbritannien, aus Frankreich und aus Spanien. Und Lena natürlich. Und manche von denen werden als Favoriten gehandelt und die nehme ich jetzt mal unter die Lupe. Musik How is it to perform on this boat? With so little space? No, no, it was great. I think it was quite an experience. I mean, I'd performed on the way over here on a ferry and it was sort of the same sort of stage. But I mean, everybody really enjoyed it. And I also got to watch the other delegations perform as well. So it was really good. So you performed on the ferry? Yes. With your dancers and your background singers? No, no, it was just me. I didn't actually sing That Sounds Good to Me because I didn't have it with me. So I just sang a few of my other songs that I like to sing. But no, I think the people on the ferry enjoyed it and hopefully we've got a few votes from them. So, hier unten im Bauch des Schiffes ist Das ist die Backstage-Area von unserem Party Boat Traumschiff Act heute. Hier sitzen Spanier, die interviewt werden. Nebenan lümmelt die britische Delegation ab. Und da drüben, da hängen die Franzosen rum. Und da hinten sitzt unser Michael Ballack für Norwegen. Den frage ich jetzt mal was. Hallo, ich bin aus Deutschland. Mein Name ist Roman. Schön, dich zu treffen. Schön, dich zu treffen. Schön, dich zu treffen. Schön, dich zu treffen. Du bist die Star der Host-Kontrie. Es ist sehr cool. Ich bin honnert. Ich bin stolz, natürlich, zu zeigen das Land zu allen die Mitgliedern, die hier sind. Es ist auch viel Druck, natürlich, zu füllen die Schäuze von der letzten Jahre. Aber ich versuche nicht zu denken über die Druck. Ich versuche nicht zu denken, wie lustig es ist und die große Erfahrung und die große Möglichkeit, die von so vielen Leuten zu treffen. Guten Glück, es ist heute Abend. Danke. Vielen Dank. So und nebenan sitzt Lena und die werde ich jetzt mal fragen, wie sie unseren Segeltörn heute fand. Lena, dann erzähl mal, wie fandst du es denn heute eigentlich? Ich fand es eigentlich, also ich fand es ganz gut. Und dann der Song mit Dietrich, das war ja auch der Hammer. Kannst du da mal was zu sagen? Ich habe nur gehört Münchner Freiheit und dachte mir, oh mein Gott. Ja, das dachte ich auch, als er zu mir gekommen ist und mir das vorgeschlagen hat. Fand ich aber total nett. Also er hat gesagt, ja, er kennt das Lied und er weiß, dass das von einem Deutschen ist und ob ich das dann auch kennen würde und jetzt sollen wir das doch mal singen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, es wird bei mir eine Katastrophe, weil ich es noch nie in meinem Leben gesungen habe. Und deswegen war es auch eben jetzt nicht ganz so wunderschön gesungen von mir, aber es war sehr, sehr lustig. Und sogar mit ein bisschen Seegang geht heute unsere Fahrt zu Ende auf der Christian Radek. Und jetzt wird auch noch gesungen, das macht aber nichts. Wir beenden das trotzdem hier und sagen, dranbleiben bis morgen auf eurovision.de. Macht es gut und wenn ihr mögt, schaltet doch wieder an. Und bleiben Sie dran auf eurovision.de. Oh, gleichzeitig.